Die Verhaltens- bzw. Kommunikationsmuster beschreiben den Austausch von Informationen zwischen Objekten. Wir haben zu Beginn das Observer-Pattern kennengelernt. Bei dem ging es ähnlich wie beim Newsletter, E-Mail-Newsletter, darum, dass verschiedene Subscriber sich einschreiben bei einem Newsletter und einer drückt zentral auf Senden und alle erhalten diesen E-Mail-Newsletter. Dabei spricht man auch von so einem Fan-Out. Informationen werden also nach außen gesendet. Nun, bei den nächsten beiden Patterns, dem Chain of Responsibility und dem Strategy-Pattern, geht es mehr um einen konkreten Aufruf einer Methode oder eines Algorithmus. Dabei handelt es sich um einen komplexen Vorgang und das Chain of Responsibility-Pattern hat auch viele schöne Beispiele. Eins davon, das im Internet verfügbar war, ist der Münzeinwurf in einen Automaten. Bei dem wird der Reihe nach diese Münze geprüft, ob das jetzt so eine Münze ist und am Ende kommt sie vielleicht beim Münzauswurf wieder raus, wenn keiner von diesen Prüfern erfolgreich dieses Problem gehandelt hat. Wir haben also hier verschiedene Händler, die alle von einem Interface erben. Jeder dieser Händler muss zumindest einen weiteren Händler kennen oder eben eine ganze Liste von allen Händlern haben. Und dann können wir beliebig weitere Händler einfügen in diese Liste oder entfernen aus dieser Liste. Es erhöht also daher die Dynamik und die Flexibilität im Code. Wir handeln uns aber ein paar kleine Problemchen ein. Zum einen, wenn eben ein Glied in dieser Kette ausfällt, kann es sein, dass die ganze Kette zerbricht. Wir können viel Performance benötigen, indem alle Händler erst probieren, das Problem zu lösen, aber immer erst einer der Letzten, der es versucht, das Problem letztendlich löst. Und es ist eben nicht ganz festgelegt, was passiert, wenn keiner von diesen Händlern das Problem löst. Das nächste Pattern, das ich kurz besprechen möchte, ist das Strategy Pattern. Wie der Name schon sagt, würde das ganz gut zu Strategiespielen passen, wo ein Computer, künstliche Intelligenz, verschiedene Strategien wählt, je nachdem, was eben in der Situation gerade da vorzufinden ist. Wir haben das auch ein sehr einfaches OML-Diagramm, bei dem wir auch wieder ein Interface für unsere Strategien haben. Und eine Besonderheit hier ist aber, dass der Aufrufer von diesem Algorithmus die Möglichkeit hat, im Kontext selbst eine Strategie mitzuliefern, mit der vielleicht dieses Problem gelöst wird. Das ist beim Chain of Responsibility Pattern nicht möglich, aber es sind eben beide sehr dynamisch. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass 100 Leute an einem Projekt programmieren und alle probieren, ein Problem zu lösen und jeder schaut halt, wer es am besten kann, könnte man mit diesem Pattern allen denen erlauben, haltet euch einfach an dieses Interface und dann können wir einfach testen, ob eure Methode funktioniert oder nicht. Oder wir können sie auch alle laufen lassen. Nun, Nachteile haben wir bei Strategy kaum. Wir haben aber eben viele der schon genannten Vorteile. Wir haben ein weiteres Pattern, das hier ganz in der Nähe ist. Ein weiteres Beispiel für dieses Strategy Pattern wären Sortieralgorithmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Menge von Daten habe und die ist unterschiedlich groß, die kann identische Objekte enthalten oder sie hat keine identischen Objekte und je nachdem möchte ich vielleicht einen anderen Sortieralgorithmus wählen. Nun würde sich da die Bezeichnung einer Familie von Algorithmen wie die Faust aufs Auge passen und das ist so ein Schlagwort für das Strategie Pattern. Nun aber Vorsicht, weil wenn ich jetzt an Sortieralgorithmen denke, habe ich auch manchmal unterschiedliche Implementierungsvarianten für solche Strategie. Sortieralgorithmen. Und bei einem solchen Problem, wo ich eigentlich nur kleine Subroutinen von diesem ganzen Algorithmus austausche, da würde sich das Pattern Template Method anbieten. Das habe ich jetzt hier nirgends aufgeschrieben. Das hat ein ganz einfaches OML-Diagramm. Und ein Beispiel, das ich dazu im Internet gefunden habe, ist eben das Einlegen von Spielen in eine Konsole. Die Spiele sind unterschiedlich programmiert, führen aber immer bestimmte Boot-Sachen aus. Also da gibt es eine gewisse Reihenfolge an abstrakten Methoden, die ausgeführt werden, die dann eben erst in den Spielen implementiert werden. Auch ein Charakteristiker von Chain of Responsibility, es sind immer mehrere Objekte beschäftigt beim Lösen dieses Problems, beim Strategie-Pattern ist immer eine konkrete Strategie mit dem Behandeln des Problems betraut und eben nicht viele, die es gar nicht in dem Moment machen müssen. Zuletzt haben wir das Mediator-Pattern. Auch wieder ein Beispiel aus dem Internet, das ich sehr passend fand, ist der Flugzeugverkehr. Wenn wir viele Flugzeuge haben, zentralisieren die ihre Kommunikation meistens mit der Flugkontrolle. Bei dieser Flugkontrolle haben wir aber eben das Problem, dass wir so einen Flaschenhals haben, wenn die Flugkontrolle ausfällt, dann haben die Flugzeuge selbst keine Ahnung mehr, wo sie landen müssen, wann, in welcher Flughöhe wer unterwegs ist. Aber es ist eben dennoch nicht realisierbar, dass alle Flugzeuge mit allen Flugzeugen kommunizieren. Das haben wir genau hier, also verschiedene Objekte, die miteinander kommunizieren. Wir zentralisieren das durch eine Art Schlichter, der das eben nur wirklich für diese zentrale Kommunikation zwischen den Objekten zuständig ist. Dafür haben wir unser Interface für den Mediator, von dem wir dann eben so einen Mediator, so einen Flugtower implementieren. Und es ist eben wichtig, dass dieser Flugtower alle Flugzeuge kennt. Und diese Flugzeuge müssen auch den Mediator kennen, damit die diesem Updates geben können. Wir haben hier auch wieder die ähnlichen Vorteile wie schon zuvor. Wir erfüllen das Single Responsibility und das Open-Closed-Prinzip, wenn wir das korrekt implementieren. Wir laufen ein bisschen Gefahr, ein God-Object, ein Codesmell und Anti-Pattern bei uns im Code zu etablieren. Und wie gesagt, wir haben halt diese Flaschenhals-Problematik. Bei den GUIs ganz am Anfang mit Chain of Responsibility wollte ich es nur noch mal kurz erwähnen. Das ist auch ein schönes Beispiel. Da werden Events zum Beispiel, wenn ich hier auf den Button klicke, kann es sein, dass das gebabbelt wird. Das heißt, das Event wird probiert, hier an der Quelle zu behandeln zu werden. Dann in der nächst höher gelegenen Ebene in der Hierarchie, bis es eben ganz am Rand außen ankommt. Bei einem Tunnel-Event funktioniert das genau andersherum. Ich drücke zwar auf den Button, aber das Event wird an der Wurzel als erstes probiert zu behandeln und tunnelt sich dann runter bis eben zum Auslöser des Events. Ein weiteres Beispiel, das ich noch ganz kurz ändern möchte, ist die Ausnahmebehandlung in Programmen. Da haben wir auch oft solche Catch-Blöcke und einer nach dem anderen probiert eben diese Ausnahme zu behandeln, bis wir irgendwann ganz außen anstoßen und unser Programm mit einer Ausnahmemeldung beendet wird. mit einer Ausnahmemeldung beendet wird. mit einer Ausnahmemeldung beendet wird. Schaut, mit einer Ausnahmemeldung beendet wird.